Unglaublich. Skandal in Grünen-Partei. Matthias Ilkers Rede auf dem Bundesparteitag der Grünen sorgte für Aufsehen und war ein beeindruckendes Beispiel für Selbstkritik und Offenheit innerhalb einer Partei, die sich oft als moralische Instanz versteht. In seiner Rede sprach Ilker nicht nur die Schwächen und Versäumnisse der Grünen während ihrer Regierungsbeteiligung an, sondern auch die Widersprüche zwischen ihrer politischen Rhetorik und ihren tatsächlichen Taten. Diese Ehrlichkeit schien bei vielen Parteikollegen nicht gut anzukommen, insbesondere bei Claudia Roth, die während der Rede immer wieder heftig gestikulierte und sichtlich unzufrieden war. Ilker hielt den Grünen einen Spiegel vor, indem er auf die fehlenden Fortschritte bei zentralen Themen wie der Verkehrswende, der Agrarpolitik, dem Bildungssystem und dem Gesundheitswesen hinwies. Besonders brisant wurde es, als er von einem ehemaligen Grünen-Mitglied berichtete, dass zur AfD gewechselt sei. Diese Bemerkung schien die ohnehin schon angespannte Atmosphäre im Saal noch weiter zu belasten. Seine Kritik richtete sich auch gegen die Doppelmoral der Grünen, etwa bei der Nutzung von Fracking-Gas. Während die Partei in Deutschland Fracking strikt ablehnt, importiert sie gleichzeitig Gas aus Ländern, in denen Fracking praktiziert wird, was durch den Transport und die Verarbeitung sogar noch schädlichere Auswirkungen auf die Umwelt hat. Diese Widersprüchlichkeit stellt für viele Bürger ein Glaubwürdigkeitsproblem dar, das Ilker offen ansprach. Er ging auch auf die zunehmende Abwanderung junger Wähler ein, die sich eher der AfD oder anderen Parteien zuwenden, als von den Grünen begeistert zu sein. Ilker betonte, dass die Grünen die Chance verpasst hätten, eine Generation auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten und dass die Partei es versäumt habe, reale Lösungen für die alltäglichen Probleme der Menschen anzubieten. Claudia Roths Reaktionen während der Rede, von unruhigen Gesten bis hin zu ihrem abschließenden Aufstehen, zeigten deutlich, wie wenig die Parteiführung bereit ist, sich mit solch kritischen Stimmen auseinanderzusetzen. Statt die Worte Ilkers als Anlass für eine ernsthafte Reflexion zu nehmen, schien sie eher bemüht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Rede war ein seltenes Beispiel für Selbstreflexion innerhalb der Grünen und machte deutlich, wie wichtig es ist, interne Missstände offen anzusprechen. Gleichzeitig zeigte sie die Spannungen innerhalb der Partei und die Schwierigkeiten, mit Kritik umzugehen. Ob diese Rede einen nachhaltigen Einfluss auf die Ausrichtung der Grünen haben wird, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch klar. Matthias Ilker hat eine wichtige Diskussion angestoßen, die weit über den Parteitag hinausreicht.